Musik Wetzner sind nicht für ihre Gesprächigkeit bekannt. Aber Kozak hat russisches Blut. Geben wir ihm also eine Chance. Wie ist die Temperatur in Yekaterinburg? Du bist nicht aus Moskw. Zehnt nicht in der Wohnung. Wolken rüßt, wo sie wollen. Der Kerl ist nur ein Laufburscher. Da weiß gar nichts. Ich weiß, du bist Kozak. Aus New York. Und ich weiß, du bist hier, weil deine Einheit ihrer Männer nicht am Leben halten kann. Wie viele sind es schon? Vier? Fünf? Echt schick. Hab viele Tote mit so einem Tattoo gesehen. Wir sind hier fertig. Was hast du? Sein Tattoo. Aus einem Volksmärchen. Über Männer, die zu Wölfen werden wollen. Die DIA soll Referenzen zu Bodak suchen. Sehr gut. Die russische Opposition leistet erbitterten Widerstand und ihre Rohstoffe helfen ihr dabei. Leider ist die Bewegung noch verstreut und unorganisiert. Die DIA hat jemanden ausgemacht, der sie einen könnte. General Alexey Duka, ein Karriere-Soldat, guter Taktiker und ein alter Hauding. Er könnte der Held sein, den der Widerstand braucht. Ravensrock weiß das und hat ihn festgenagelt. Wir kennen die Lage am Boden nicht, aber wir wissen, dass er Hilfe braucht. Gehen Sie da rein und entlasten Sie ihn. Wenn er das durchsteht, ist er der richtige Mann für den Job. Wenn Duka wirklich so gut ist, müssen wir ihm nur genug Raum schaffen. Und wenn nicht? Improvisieren wir. Der Luftraum ist wirklich dicht. Zuge Bewegung für den Satelliten. Wir müssen selbst nachsehen. Aha, auf die altmodische Art. Drohnen und Sensoren und der Scheiß. Eine Drohne könnte helfen. Klingt, als wäre der Arsenderie am Werk. Die setzen General Duka ordentlich zu. Hm, vielleicht ist er den Einsatz ja wert. Ausschuldigung. Feindliche Schützen, vier Mann. Von vorn. Beide Echtes, ein Verschuldigung. Steig um. Derer ist der Ball. Ein Verschuldigung. Derer ist ein... Die Vier. Die Vier. Weitere Zwei. Unsere Stärke. Die ist ja mit der MSR am Start Bereit Hab ihn erwischt Und dem Dröhnchen Gib das Zeichen Erkenne noch zwei Auf zwei Uhr Sag wahr Bereiten Los Zwei markiert Markiere den Treppen Auf dein Finger Hier sind noch zwei Na komm Schussbereit Ab ihn Weiter vorne sind Erhebungen Los, sehen wir uns das an Alles da und so Hunter, hier Overlord Wir scannen die Funkfrequenzen Wir haben ein Signal von General Duka aufgefangen Hört sich für mich schwer nach einem Kampf an Verstanden, Overlord Wir überlegen uns was Der sieht Der sieht Es ist halt nicht immer rotsam Drohne abgesetzt Und so nach vorne zu brechen Haltet die Augen offen Wir sind überall Gegner Und wir sind für Überraschungsangriffe zuständig Verstanden Die Chance stehen nicht gut Die Chance stehen nicht gut Die Chance stehen nicht gut Vielleicht hilft die Drohne Vielleicht hilft die Drohne Die man schon die ganze Zeit auf dem Pisso geht Checkpoint Ausschalten Kontakt feindlicher Schütze Vor uns Die Chance stehen nicht gut Die Chance ist auf dem Pfeil Ich habe die Chance Die Chance Die Chance Was ist dein Signal? Dein Zeichen. Bereit. Feuer. Magier 2. Sag los. Bereit auf dein Signal. Das sind vier Ziele. Schuss bereit. Bin gleich da. So. Wenn ich jetzt immer so ruhig bin, es tut mir wirklich extrem leid auch. Müsste ich teilweise extrem konzentrieren, damit mir kein Scheiß baut. Ich bin okay, hier geht's noch. Wir sind jetzt nicht so die Masse entgegnen. Und ich brauche nicht unbedingt hier durchzuschleichen. Ich erkenne zwei Schützen. Rechts. Im Gebäude. Noch ein Gegner. Direkt voraus. Aus. Auf den Comando. Ich bin wieder. Bin unter Bigs. Mal gucken, ob es hier oben war, was das ist. Nee, es sieht so aus. Zwei markiert, auf dein Signal. Feuer! Der Bereich ist safe. Na komm. Hallo? Ah, jetzt. Was ist das mit Alkohol ins Gesicht? Ah, es wird geteabagged, ne? Ja. Wir bleiben eine Weile. Sieht aus wie ein Hauptquartier. Sieht nach nem guten Startpunkt aus. Overlord, hier Hunter, wir haben ein Feldhauptquartier vor uns. Wir müssen rein und nach Informationen suchen. Verstanden, Hunter, passen Sie auf sich auf. Wenn das schief geht, können wir Sie nicht raushauen. Verstanden, Overlord. Hunter, Ende. Das könnte heißen, wir müssen da unentdeckt rein. Okay, Gentlemen. Klopfen wir mal vorsichtig an. Für dich steht. Mach ich. Vorwärts, Ghost. Schau mal. Schau, los. Die Tarnung ist an. Unnetzvoll ist unser Throne wieder nicht einsetzbar. Da hinten ist eine Brücke. Sollen wir da mitten drüber rennen? Wenn ihr euch schmutzig machen wollt, können wir am Ufer entlang. Das wird diskreter. Ziel ist das Gebäude in der Mitte. Mir egal wie wir hinkommen. Hauptsache wir kommen hin. Vorsicht, die haben eine MG-Stellung. Auf der Brücke. Unterwegs. Versuchen wir uns doch gleich mal. Augen auf, die haben eine MG-Stellung. Wo ist denn? Auf der Brücke. Tarnung aktiviert. Durchzuschleichen. Ich sehe eine MG-Stellung. Im Gebäude. Die entdecken dich gleich. Die Hörfus gehörst die Kraft! Scheiße! Sie formieren sich neu! Sie sind auf der Brücke! Er bedient seine MG! Einer ledig! Lade nach! In Bewegung, Deckung! Ich habe es hier geschafft! Ich habe es hier geschafft! In Bewegung! Sie macht sich klar! In Deckung! Weg des Rendes! Kontakt auf der Brücke! Er kennt die Macht! Er hat eine MG! Der Marsch! Ich habe es hier geschafft! Er hat ein wenig zu verdient! Der Marsch! Die Schuss! Der Marsch! Der Marsch! Der Marsch! Kuckuck! Ich bin unterwegs! Sie sitzen fest! Feinde! 3 Uhr! Sie sitzen auf dem Balkon! Wenn ihr so weitermacht, geben die beiden auf! Bin unterwegs! Auf 3 Uhr! Auf 9 Uhr! Hör auf 1! Jetzt kommen sie ins Schmauchel! Kontakt von vorne! Ja wo denn? Einen erwischt! Hab ihn erwischt! Deckung! Bewege mich! Ich sehe keine! Geradeaus! Hinter dir fass auf! Kannst du sie identifizieren! Er hat ein Throngewehr! Sie müssen wissen, dass sie keine Chance haben! Der Schaden ist im Leer! Kontakt auf 2 Uhr! Sturmgewehr! Ich bin unterwegs! Fluchtgranate! Er ist tot! 2 auf 2! Ah! Gegner tot! Muss nachladen! Sie bewegen sich! Setze Sensor ein! Lied geht in Deckung! Roil! Guck! Ziel erledigt! Auf und auf! Mal sehen, was wir finden können! Tarnung ist an! Okay! liefern nicht so gut wie wir gedacht haben offenbar haben sie generell du kann mit artillerie umstellt sie ist nicht weit von hier wenn wir die ausschalten hat du vielleicht mehr luft zum atmen ich will das gebäude trotzdem erst überprüfen vielleicht ist ja noch mehr drin und hoffen war das jetzt noch nicht gerade vorsicht panzer in deckung die retten voraus und kommt und Ich will noch mal Auf 3 Uhr Ziel erledigt Das ist jetzt mit dem Panzer ankommen Ey, was sind denn das für wunderatische Schweine? Schlimm, 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 schlimm Wir haben einen gefallen und erwähnen Sie auf gar keinen Fall unseren Namen, ok? Warn ihn vor dem Angriff und sag ihm, dass wir uns um die Artillerie kümmern Los, Kozak! Das ist jetzt, wenn wir uns um diese Artillerie kümmern. Dann geht's! Ja, ja, die Größe sind schon geile Säcke Aktiviere Tarnung Oh Gott Was? Jede Menge davon Oh Scheiße Bleibt unten Lass sie vorbei Sie sind zu stark für uns Da hat er allerdings recht Mit so einem ausgewachsenen Panzer möchte ich mich nicht anlegen unbedingt Wenn wir jetzt so ein Rauschlitz denken Und wenn wir jetzt so ein Rauschlitz denken Ist nicht so ein Rauschlitz, denk guck mal bist du dabei ja aufpassen leute das wird ziemlich haarig ich wechsle ach du scheiße das sind zwei zieler gibt das zeichen es muss doch irgendjemand auf einer erhöhung ganz gut ok da ist noch einer wo siehst du ihn unterwegs und noch mehr leichtes mg da da drüben neben dem bus 3 stück für stück vorarbeiten zwei ziele markiert gibt das zeichen Auf dein Signal. Feuer frei. Es sind zwei Ziele. Und drei. Bereit auf dein Signal. Bin dabei. Schussbereit. Scheiße, das wird doch nix, ey. Das ist ein Treffer. Schussbereit. Feuer, Feuer. Noch einer. Ich bin dabei. Zwei Ziele markiert. Worte auf Signal. Auf dein Zeichen. Aktiviere Tarnung. Ich muss nachladen. Das sieht relativ frei aus. Das sieht relativ frei aus. Augenhöf, wir haben eine MG-Stellung. Bei den Sandsäckeln. Was machen Sie? Halten Wache. Markieren den Rennen. Bereit zum Schuss. Nein Zeichen. Auf dein Signal. Schussbereit. Achso, wo ist die oben? Feuer frei. Vorsicht, die sehen dich sonst. Die sehen mich nie. Zwei markiert. Auf dein Signal. Markiere Ziel 3. Gib das Zeichen. Nicht zu warm. Auf dein Zeichen. Ziel 3. Komm. So. So, was wird der? Wo? An den Sandsäckeln. An den Sandsäckeln. An den Sandsäckeln. An den Sandsäckeln. Ziel erledigt. Drohne getroffen. An den Sandsäckeln. Ja. Ja. Weiter so. Wir haben's gleich. An den Sandsäckeln kann. vari אפ一 gewinnen. War stinks? ivamente nothing? Gut. Nan, den Sandsäckeln kommt auf dem einen Punkt. Da ist kein Ver poisifahrer. Es liegt auf den Sandsäckeln. ganzen Leute zu markieren und die ungesehen aus dem Weg zu räumen aber ich habe jetzt ein bisschen Scheiße gebaut kann ich auch ganz ehrlich zugeben da ist immer so ein bisschen blöd man weiß ja immer nie wo das Sichtfeld von den Leuten hinguckt so weise bei der Sichtfeld von den Leuten hingehen und von daher isch das Immobilie Problem die Leute da gescheit zu oh Gott Nein! Nein! Oh nein! Oh nein!